Hört auf mir auf die Hose zu schauen. Ich habe eine graue Jogginghose. Hört auf drauf zu schauen. Hört auf! Hört auf drauf zu schauen! Hört auf! Nicht drauf schauen! Du könntest einfach die Kamera schwenken, dass dein Gesicht zu sehen ist und nicht nur die Hose. Dann könnte man doch irgendwo anders hinschauen. Ich muss aber nach oben schauen. Jetzt hört auf! Aber die graue Jogginghose bringt mir Unglück. Jedes Mal wenn ein Mann eine graue Jogginghose anhat, verliere ich. Team, was sagt ihr dazu? Das ist schon unfair. Das sind schon ganz schlechte Aussichten für mich von Anfang an, bevor wir aufs Knöpfchen gedrückt haben. Okay, ich bin bereit. Darf ich mich umziehen gehen? Darf ich mich umziehen gehen? Nein, bleib da! Der Fluch der grauen Jogginghose. Hast du Boxhandschuhe? Äh, nein. Was machen wir jetzt mit Boxhandschuhen? Leute, wir boxen mit allen Geschenkern. Willkommen zu Dance of Freeze mit Anita. Tret talking, 3, 2, 1. Rund one. Number 2, 3, 2, 1. Stop. Round two. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Die graue Jogginghose hat nichts gebracht, Leute. Gott sei Dank, wir haben den Fluch gebrochen. Schwingedingedingeding, du kennst dich ja auch. Leute, was heißt das? Meine Fluchginghose sind nicht gut genug für euch. Anscheinend nicht. Kauf dir eine neue, die bringt dir Unglück. Und Dankeschön an dich, Anita. Es macht wie immer Spass, das weißt du, oder? Ebenfalls, ebenfalls, Memo.